ja erst mal gespeichert ganz richtig ich würde das mal verkaufen gehen jetzt weil ich die hoffnung habe dass wir dann die 25 kaufs an autos haben wir schon gerne haben kommen schon wieder da doch� Ich würde auch heute wieso noch mal ganz kurz eben aufnehmen, dass wir wieder folgen kommen und dann geht das dann wieder richtig los. Und ich war das heute sehr erfolgreich für die kurze Zeit, das hat sich gelohnt. Und ich kann genau das machen, was ich machen wollte. Ich würde jetzt mal auf das Auto rangehen. Ein neues Auto. Fahrdienst. Geil. Geil, geil, geil. Die laden mich schon mal. Die machen mich immer irre. Die machen mich richtig irre. So, Auto. Speed Speed by the Shadowhawk duty. Die werden natürlich jetzt noch getestet, das ist logisch. Irgendwann, das ist klar. Wenn wir dann mal einmal ankommen, natürlich. Das ist natürlich die Hauptsache. Geil. So, wo steht er, ne? Wo steht er, ne? Hoee. Geil. Geil mal testen, ne? Instas. Mal kurz testen, dann bin ich zufrieden bei heute. Ah, ich will, komm. Was meine ich eben, den Minecraft Stream, den muss ich auch noch schneiden. Ich glaube nur so, wenn ich gerade eben dabei bin, dann würde ich mal kurz hierfür was fertig machen. Aua. Guck mal. Oh, Herr, gucken Sie sich mal bei Tarkan. Oh, der zieht aber aus, ne? Durchlaufzeit. darf man ein bisschen bis 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 ab ja doch oh ja als tippel sind wir erfolgreich was ist mir nichts sagen wo hier so hat die roh wir haben nach hause und dann wollte sehr effektiven sehr effektive kurze haben gehabt würde ich sagen und nächstes mal geben wir wieder richtig gas machen wir unsere wenn wir dann sicher keine aufhören aufgabe sechs müssen wir jetzt die fotos machen ja heute mache ich ja später dass man wollte jetzt nicht direkt machen und das würde das in diesem mal machen ich bin zufrieden ich glaube wir sind auch ich bin auch noch zu weitermachen aber schlafen gehen jetzt wochenende ich habe dann morgen als ja auch wieder streamchen aber noch ein bisschen zeit länger zu tun der fürs dasein zuschauen und so weiter bis bald deswegen ist heute geplant und da ist sowieso mal wieder gemacht werden muss bis heute geplant ein bisschen auch die bis vorzugehen ab letztes mal wusste nicht was ich gemacht habe ich aber jetzt war dann also vor drei tagen war das glaube ich hatte ich hatte ich hatte ich ne dreiviertel schon immer so gespielt gehabt und da würde ich gerne weitermachen so einfach auf weiter was habe ich da gemacht für die die jetzt in den stream sehen ich habe da einmal das polizeipräsidium der wollen ein bisschen ein bisschen die wichtigeren sachen nicht alles ein bisschen ich war glaube ich habe jetzt das stream was ich weiß es nicht mehr ich war im lagerhaus habe mir die aufgabe lehne ich schon gabelstabler geklaut im kommenden dlc kannst du CEO werden das will ich sehen ganz ehrlich hoffe da kommt wirklich eins und das ist nicht nur ein fun fact naja ähm und ich habe mir den äh shadowhawk gt oder wie heißt das ding warte ding hieß genau shadowhawk gt den habe ich mir auch gekauft 25.000 äh dollar also wir haben sehr sehr viel geschafft und ich habe erkannt dass es ähm noch eine zweite straße gibt neben der wo wir jetzt immer rumfahren mit der nummer 201 bis 206 glaube ich da werden wir aber auch erst hingehen wenn wir es müssen wir gehen erstmal bis dahin alles andere so ein bisschen fertig gemacht haben das weitere muss ich sowieso noch ein bisschen gucken ähm dass ich meine tools haben bisher abgeräte dass ich noch ein bisschen ne mit vielen sachen fertig werde nächste aufgabe ist noch ein paar fotos aus 206 damit würde ich heute auch weitermachen das ist die hauptaufgabe natürlich look at that shit es ist halt wirklich cool der wagen so der andere wer steht jetzt wenn man jetzt hier mal rum geht also ich kann nicht tauschen banden wie ich bock habe kann die noch verändern oder verbessern ich glaube den kann ich auch noch verbessern wenn ich mich täusche aber naja mein geld sagt nein hat das hier drin nicht so viel wie in dem anderen aber auch dass es nicht so schlimm ist ja und hier haben wir dann die mädelsen wo vorher auch schon waren und hell will street aber wir fangen heute mit 106 an mit der 106 nebenbei noch mal hier nebenbei was zur kontrolle aufmachen das ist ja genug zeit war alles würde ich behaupten und wenn ich weiß nicht wenn ich weiß man die sachen eigentlich gemacht die man ausbordeln ja ja Ah, das Gebäude. Ich mach ein paar Fotos. Okay. Im Keller auf jeden Fall. Aber grundsätzlich von drinnen, ne? Haben die einen Köter gehabt oder was war das? Nein, kein Wokki-Dokki. Aber die haben ja so einiges an Zeug rumliegen, ne? Ich muss mal kurz, ich will mal aus dem, okay, Fähigkeiten, Notizen, ne? 106. Ah, der Köter, ja, tatsächlich. Hier, Olivia, Julia und Freddy. Draußen, drin, schlafen, schlafen, weg. Die sind da drin, ne? Das hier sind wir draußen. Kommt gleich in den Hinterhof, also hierher. Der ist später und der kommt gleich jetzt mal nach Hause. Mal gucken, ob ich hier irgendwie reinkomme. Kann ich auch von hier Fotos machen? Oder muss ich das von, äh... Okay, das geht auch von hier. Ja, das geht nicht so gut. Das war nicht so gut, oder? Ja, das war echt nicht gut. Ich habe noch keine Fotos auch von außen machen. Das ist erstmal gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Aber zumindest nicht alle. Da muss ich die Kamera da durchschimmen, ne? Bisschen. Ja, du komm. Komm, 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 lass mich weiter machen. Wie lange will sie jetzt noch da rumlaufen? Ah, die ist gerade draußen sowieso. Okay. Das ist für Olivia. Wo ist sie denn? Ich meine, jetzt hat er das Fragezeichen weg. Wenn wir die dabei sind. Ja. Hoffentlich. Ah, hohe Mutter. So. Nice. Da weg sind sie. Und... Hier sind sogar alle drei da, ne? Sehr gut. Geh mal. Alle markieren. Ich kann mal die Fragezeichen loswerden. Geh gleich weg. Der hier... Weiß ich auch nicht so genau. So. Jetzt geht das gleich 18 Uhr. Rein theoretisch. Ja. Bis 20 Uhr ist sie dann außerhalb des Hauses. Äh... Ja. Wacht nur im Wohnzimmer. Ab 19 Uhr im Schlafzimmer. 20 Uhr ist er auf der Veranda. Also genau hier vorne wahrscheinlich irgendwo. Vorne. Hier schlafen. Ja, das sinnvollste wäre jetzt wenn ich jetzt hier warte bis es 21 Uhr ist. Dann pennen die nämlich alle. Habe ich erstmal genug Zeit. Bis 0 Uhr und dann geht die eine... Ja. Alle eure Typen wieder pennen. Haben 0 Uhr los runter gemacht, ne? Mach das auch noch hier. Mach die doch raus. Ich glaube nur die eine, ne? Ja. Okay. Ja. 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 Das ist ein bisschen fast. Ja. 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 Du bist da. Ja. 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 Ich hab da einfach schlafen. Das ist ja schon ganz kurz. Oh ja. kommt er hier nach vorne zu mir oder nehmen wir doch hier ist so genau eine tür natürlich die einfach und wir viel schneller rein und raus da oder ich gehe wirklich vorne rum ja auch noch möglich wenn die kamerate weg ist hallo guten tag ja ich gucke mir ein haus an dann gehe ich auch gleich schön nicht vor der tür, so wie es sie gehört oder auch nicht warum kommt der denn hier raus hä? was war das denn? der schummelt doch warum? verstehe ich nicht er ist wirklich gerade aus der tür zugegangen das war buggy, 100 pro hier haben wir auch hier ausrufezeichen und fragezeichen gar nicht mehr verloren das kann ja schon auch so auch nicht mehr sein katastrophe katastrophe na gut na gut, dann haben wir aber ich glaube wo ist der zeitwaste na gut ich könnte jetzt mal ganz kurz nochmal ganz fix hier die ähm mir die ganzen abläufe holen aber das mehr brauche ich auch nicht machen dann gehe ich mal kurz mit dem auto los und gehe mal in pennen 20 uhr 20 uhr na komm steck doch ein hier für den neuen sportwagen genau so fährt man da müssen wir jetzt auch alle weg sein mal kurz raus machen mal kurz raus machen jetzt haben die andere zeit gestern mal tag des schlafens ne ach nö was soll ich überlegen äh warte guck mal Kinderhofstuhl Kinderhof Gästezimmer Wohnzimmer Küche da schlafen ne da weg wie lange ist die person weg und danach weiß ich's halt nicht schlafen schlafen also wärs jetzt ab 2 uhr sinnvoll wer weiß wann die person hier nach Hause kommt ich brauch nur drei verkackte bilder mal an jetzt chillt er ein bisschen ich meine eine mehr kann ich auch von hinten von oben machen das ist gar kein thema da geh ich hier drauf wo gehen die jetzt hin tüche tüche stuhl soll ich auch schlafen bis dahin im badens mehr hinsetzen hier oder nicht ganz achso hier hinterhof ich muss warten bis er wieder rein geht oder ich geh jetzt rein ich versuch's einfach Alter das ist doch das ist doch das ist doch das ist doch ähm oh kacke meine das ist doch am besten ich hab noch nicht mal ein auto hier komm ich in den keller hier komm ich in den keller da ich werde nicht mehr aufsuchen ich werde nicht mehr aufsuchen ja ja ich werde nicht mehr aufsuchen Fragezeichen ja ja ich werde nicht mehr aufsuchen was soll ich hier sein foto machen maracas war schon gelesen glaube ich ist traurig ja schön wegen diesem tag des einbruchs von was seins äh gut wir können mal ganz kurz während ich jetzt hier warte mit dem fairenglas wünsche ich mal ihren tagesablauf bilder auf dem tutorial ja brauche ich jetzt ganz dringend so 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 ein bild von da und von da hinten ich kann hoffen aus sich dass sie gleich wir hoffen zu stören wenn ich rede ähm dass sie wenn die gleich pennen der eine schläft da schon die macht jetzt noch zwei geht sie er wacht gleich kurz auf ich gehe gleich auf Toilette ja genau Badezimmer sitzen wo geht dann zwei wieder ins Bett also da muss ich jetzt warten bis zwei Uhr ist wenn ich da in Ruhe mich kümmern kann kann ich hier schon mal rausgehen mal kurz warten und ich hoffe dann kommt nicht die andere zurück bitte wenn ich das dann hab dann gehe ich auch raus weil äh ne sinnvoll und so wir sind nicht eine schlafen gleich ja nur kurz da komm da komm da komm da eine panns hier ist das Badezimmer glaube ich da muss ich auch ein Foto von machen hier ist das Badezimmer glaube ich da ja kann man das komm wir ist das im Moment da ich habe das hier musst du erst auf ne ich das von hier auf die wohl beides gleichzeitig auch okay muss mich beeilen und nämlich gleich jemand oh oh ah fuck oh 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 oh